So zum Sony Ordentlich Volumen hat er ja schon nach Mischung Ich hab das nicht erwartet. Also man muss sagen die klingen echt gut. Perrier ist nicht erwartet. So drehen wir ein Stück weiter auf. Echt gut für die Größe, kann man auch so nicht meckern. Tschüss bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.